Mina Nathasana, die Stellung des Meisters Mina. Mina Natha, der große Meister Mina, gehört zu den klassischen Hatha-Yoga-Gurus. Er ist erwähnt in der Hatha-Yoga Pradibhika im ersten Kapitel als große Siddhas, als große Vollkommene, die durch die Praxis des Hatha-Yoga die Perfektion erreicht haben. Und so gibt es ein Asana, das nach ihm benannt wird. Beginne damit, die Beine auszustrecken. Dann beuge das rechte Knie und bring die Ferse unter dein Gesäß. Dann beuge das linke Knie und gib die linke Ferse zur Nabelgegend hin. Du kannst dabei das rechte Knie auf dem Boden halten und auch das linke Knie auf dem Boden halten und dann die Hände nach oben ausstrecken. Handflächen zusammen. Jetzt bleibe in dieser Stellung und atme tief ein und aus. Durch die Stellung der unteren Ferse wird Muladhara Chakra aktiviert. Dadurch, dass die Oberschenkel so nah zusammen sind, wird Svadhishtana Chakra sublimiert. Durch die Stellung der Ferse wird ein Druck auf Nabi Chakra ausgeübt, sodass die Energie nach innen geht. Diese Stellung hilft also, dass alle Energien, alle Nadis vom Kanda, also der Wurzelknolle, in diese Schumna einfließen können, durch diese Schumna nach oben ausstrahlen können. Untertitelung des ZDF oder 2020